Herzlich Willkommen zu Let's Play League of Legends. Wir sind zu zweit mit dem Klimbo und... Und dem Schwibber. Hallo, herzlich willkommen beim Triple Metal Bay. Jawohl, wir... Also ich spiele die ADC-Carry-Dame von... Oder namens Katelyn. Du, wen spielst du denn? Ich spiele Darius. Jawohl. Der Mann mit dem Blutschaden. Genau. Mit der OP-Ulti. Na gut. Mein Support ist Bum-Bum-Blitzcrank. Unser Jungler ist der Skin mit... Mit Amu-Umu. Hast du das gerade gelesen? Nö. Kaylee Ragequit, before we even started. Das heißt, ich bin so low-top. Hallo. Yeah. Hi. Ich hab zwar keinen Dings, aber ja. Okay. Gut, dann Swain in der Mitte. Das finde ich auch OP. Swain ist ein... Ja, Swain ist was? Scheiße. Sorry, falls ihr das im Hintergrund gehört habt. Ich hab vergesst, meinen Fernseher stumm zu machen. Ja, Swain ist ja ein OP-Champ und der wird, denke ich mal, zu sehr unterschätzt. Sein Ulti ist nice. Wenn er einmal den Stunt trifft, dann ist der Gegner so gut wie down. Was meinst du? Mhm. Das hatte ich. Ich hab ihn ja auch. Und er ist richtig nice. Warum spielst du ihn da nicht? Weil ich mit ihm lernen muss und bei Ranked... Wir spielen ja Ranked, muss man auch sagen. Hab ich noch nicht gesagt. Ähm, ja. Beim Ranked ist es dann durchaus... Naja, nicht so empfehlenswert, nicht gute Schäfer zu spielen. Naja, wenn man ihn nicht so gut spielen kann, sagen wir es so. Ja, ups. Jetzt muss ich jetzt mal wieder reinkommen. Du kannst ihn doch momentan nicht so gut spielen, oder? Nee. Ich hab zwar ein... Ins... Ja, paar gute Games mit ihm mal gemacht, aber... Das reicht nicht, um... Alter. Oh, die Top-Lane hier ist perfekt. Ich hab gar keine in der Top-Lane. Nee? Nö. Lol. Ach, das wird ein schönes Game. Und dann machen wir mal den ersten Turm down. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, machen die Schaden. Alter. Wer macht Schaden? What the fuck? Die machen uns beide down? Wer denn? Jinx und Jenna. Bin ich etwas schneller als bei dir? Jenna? Ich dachte, die wollte Top-Kump. Boah, knapp. Ups, das war jetzt die falsche Attacke, die es gespielt hat. Oh ja, das ist ein gutes Game. Jo, nice. Nice grab. Good Job. So kann man das auch rückgängig machen. Hey, you too. Ich brauchte ja nicht viel machen, außer ein Hit. Oh, shit. Boah, warte, ist der Turm hochgegangen? Was? Der Turm? Naja, du hast gesagt, nice grab. Achso, ja, ja, genau. An den Tower gegrabt. Oh, nice. Ich hab's nicht gesehen, also. Deshalb würde ich fragen. Alter. Aber ich krieg so viel Schaden reingedrückt. So. Ähm. Bei mir ist es eigentlich... Ja. Nur den Tower down machen. Langweilig. Tja, wenigstens kann ich mal fahren ohne Druck. Na, krieg ich nicht. Ich kann nichts Spannendes erzählen, also. Also du, umso mehr zu erzählen. Ja, also ich kann ja wehnen oder nochmal mich entschuldigen. Oh, nein. Betroffen. Alter, die Vaselle mach mich down. Warte mal. Ich bin grad ein bisschen abgelenkt. Ich geh mal lieber back, würde ich sagen. Achso, Amumu ist da. Oh, Shako ist top. Er hat sich entschieden, top top zu gehen. Ja. Ja, also ich kann mich nochmal entschuldigen, wegen der DayZ-Folge. Die hab ich ja dummerweise gelöscht. Sehr gut gemacht. Ja, und... Aber wie gewohnt kommt an Dienstag natürlich alles wieder normal, Standard raus. Ja. Auch wenn der Klimbo da jetzt ein Fail gemacht hat, nimmt es ihn nicht übel. Oh, fuck. Da muss ich jetzt blitzen, Scheine. Also Shako. Äh. Gut. Ja, ich geh jetzt in der Basis zurück. Ein Hit und ich wär down. Mann, ey. Wie viel verkauft er alles Noten hat? Ein Solo, nee. Kein Gegenalter, ich will doch ein paar Kills machen. Oh, mach mal. Ach, jetzt hab ich Shako in der Top-Lane. So, was wollte ich mir kaufen? Kannst du eigentlich irgendwas im Hintergrund bei mir? Bisschen, glaub ich. Okay, gut, dann, äh, warte mal kurz eine Sekunde. Ich mach kurz etwas. Alles klar, Herr Kommissar. Shako ist bei dir in der Top-Lane, aber du bist ja sicher. Ähm, so. Also. Schade. Gut, warte, ich bin wieder da. Amomo gankt uns oft. Ja. Das ist nervig gegen Shako top. Nein. Ja. Gut Job, Alter. Richtig nice team momentan. Tja. Ich kann nicht wirklich viel machen, du. Bist auf Farm. Oh, man, ich hab keinen Bock mehr auf Top-Lane. Wollen wir tauschen? Also, der Amomo könnte ich ja, du kannst ja mal pingen, dass er dir mehr, dass er dir mehr helfen soll. Ja. Also, ich hatte schon gute Arbeit geleistet in der Bot-Lane. Genau. Komm, Amomo. Oh, falsches geskillt. Komm, Amomo, gankt mich. Ihr warst allen, mach mich da. Ob ich irgendwie eine Hilfe brauche. Ich hab doch hier gar keinen. Ach so, sag's doch gleich. Nur doch, hat Shako jetzt, oder? Na, Shako, aber der ist hier, äh, eh fast nur Base und wartet darauf, dass ich zu ihm komme. Also, ich, schau mal. Bei mir geht's, ist hier eigentlich nur ein Farm-Game. Ich muss nur richtig farm. Ja, ich farm grad kacke. Aber dafür hab ich die Kills. Ah, ich weiß nicht. Shako ist ein echt guter Schem. Aber er ist zwei Levels unter mir, das ist gut. Oh, ich seh nix. Na, komm. Oh Gott, jetzt konzentrier' ich mich auf die Last jetzt. Wow, ich mach echt Schaden. Boah, aber richtig Schaden. So, ich glaub, ich könnte ihn jetzt... Was? Ich down ihn mal, ja? Ja. Alter, was mach ich denn da grad? Oh Gott, ey, ich will doch gar nicht. So, geht doch. Boing. Neu, daneben. Ja, down ist er. Ich hab'n Kill. Jawohl, nice. Das ist 6-0 für unser Team. Gut, wir sind einer mehr, das muss man auch mal betonen. Ja, aber selbst wenn nicht, meine Anschein leistet jeder Länge was. Ja. Also ich denk mal, also das, was grad im Chat da steht, bitte nicht beachten, das ist nur dummes Gelaber. Ja. Da würde ich auch, I hope to think. Na, gut. Dann bedanken wir uns halt natürlich mal. Dankeschön. Alter, diese Ulti von Jenner, alter. Wow. Die Ulti von Jenner hielt einfach mal 3,4 Länge auf. So, und weiter geht's mit dem Farm. Oh Mann, ne. Zum Glück aufzieht das viel Mana, das ist ja nervig, dieser... Was zieht Mana? Was zieht denn bei dem Mana? Ach, dieser Wirbelsturm von Jenner. Nö. Oh, verdammt. SS. Ach, stimmt ja, muss ich ja jetzt immer sagen. Äh, so. Shaco kommt. Nein. Nein. Mann, diese Ulti. Mann, ich wollte grad Ulti. Oh. Mann, oh. Mensch, Dennis. Mann, ich wollte das. Ja, Double Kill von Jinx. So, jetzt muss ich mir Schaden machen. Mann, das. Und schon wieder hat sich volles Leif, ey. Mann, Mann. Ich farm trotzdem voll scheiße, auch wenn ich hier Solo bin. Kein einzigen Farm bekomme ich. Tja. Tja. Dankeschön. Jo, auch zu dir gut, Rob. Auch wenn's der Blitzcrank war. Ah, wir brauchen Walls. Boing, boing, boing. So, 3-1 dank Blitzcrank. Also, der ist wirklich ein guter Supporter. Kann ich nix gegen sagen. Hat man nicht oft. Naja, Last Hits, du. Äh, Last Hits, genau. Anhitten meinte ich. Jo, also... Vielleicht war es ein bisschen dämlich im letzten Video, wie ich's gesagt habe. Weil, lol, also wir haben jetzt einen vierten TripleMate LP Mitglied. Also nicht nur drei. Weil der Nico macht ja auch mit uns mit. Da hab ich mich ein bisschen falsch ausgesprochen, ausgesprochen, versprochen, was auch immer. Neun. Ach. Also gut, sind wir nicht mehr das TripleMate L-Team, sondern eigentlich das... Keine Ahnung. Boah. L-Team. Alter, nein, das darf doch nicht wahr sein. Ey, nee. Mann, diese Ulti. Okay. Und wieder ein Double Kill. Boom. Egnarische Doppeltübung. 2. Was machen die denn für ein Damage? 64 Farms deshalb. Ach, die hat ja auch einen Kill mehr. Alter, aber er hat den Kill mehr. Blutrausch. Der Gegner hat einen Tun zu tun. Mh, 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 mh. I have no Death, wollte ich schreiben. Das ist ja auch so. Caitlyn hat eine gewisse Range und dafür weniger Death. SS. Oh, Jinx. Keine Ahnung. Ich komm mal mit. Diese Beleidigung hier im Game. Nein. Wir haben doch noch davor gesagt, sie soll nicht so böse sein. Naja. Jetzt hauen sie einen richtig auf. Naja, ist okay. Wie viele Farms hast du? Nur 60, das ist viel zu wenig. Ja, aber ich hab die meisten Farms. Warum wohl? Ich hab keine Ruhe fahren, ohne dass jemand nervt. Seid ihr jetzt alle mitladen? Ja. Great. Sag mal SS an, okay? Okay. Wenn Schako weg ist, oder so? Ich weiß es nicht. Ich seh keinen Gegner mehr. Aber es könnte sein, dass Schako hochkommt. Oder 1, 2 hochkommt. Na gut. Dann geh ich mal weg hier. Ach, Schako ist wieder da. Ne? Ich habe das Wettzeug. Die Zeitung wieder 3. Senra ist aber dort. Oh, Mann, ne. Ist mir egal. Ist mir egal. Find ich die halt mal. Sehen wir uns das näher an. Jawohl. In 10 Sekunden kann ich... Nein. Was war das denn? Sag doch SS an! Mann! Scheiße, das war ein Fail. Mann, Dennis, demnächst bitte SS ansagen wieder, ey. Das war ja wieder hart. Ja, hier ist nur noch einer jetzt. Ja, dankeschön, Dennis, dass es so früh kommt. Bitte. Oh, jawohl. Da kommen jetzt 3. Oh, 3, Mann, ich... Komm, kommst du, komm, helf mir mal. Obwohl, wenn wir da reinrennen würden, würden wir uns nur downen, oder? Komm mal her. Nein, lauf, 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 da sind so viele, 3 schaffe ich nicht. Hm. Auch 4 sogar. Ich würde ja gern Tenta machen, aber mit 4 Leuten geht das nicht. Mann, wieso trifft die mich denn? Alter! Warte kurz. 3, 2. Ich kann noch mit ner Ulti helfen, aber sonst nicht. Ich bin dauernd. Ich bin dauernd. Nein, ich hab's überlebt! Guck, der ist ein Leitvater! Naja. Eine Jinx-Ultz und... Eine Jinx-Ultz und sie macht uns down. Ja, aber zum Glück hat sie ihre schon rausgeschmissen. Oh, so. Sehen wir uns das näher an. Oh. So. Na gut, also, ich bin ein bisschen zu leichtsinnig. Ich geh mal zu tief rein in den... Kampf. Ich brauch Schuhe langsam. Hast du schon Schuhe? Ja. Aber... Ja, diese mit anderes Tempo. Und so. Die ich aber, wie ich finde, nicht so viel bringen. Ich will ein Double Kill machen. Warte mal. Warte mal. So. So. Oh, jawohl. Michael! Greif den kleinen Dingster da an. Ja. Ich mag diese Puppe. Weing, weing, weing. So niedlich aus. Ja. Okay, sollen wir Chaco down? Ja. Muss schon hier in meiner Nähe sein, ja? Warte. Dann komm mal her. Dankeschön. Warte, pass auf. Vielleicht kommt eine Beleidigung von Chaco. Das macht er immer, nachdem er verreckt ist. Mann, darf doch nicht wahr sein. Ich lass mich auch von alles treffen. Jawohl. Ich geh mal wieder Top-Lane, ja? Oh, Dennis Lowe. Oh, das wird... Oh! Ohh! Ach, ach. Oh, ich! Knapp, du, knapp, knapp. Genau. Ohne Jinx öffentlich nicht vergessen. Ich bin mal am Rand. Ja, aber das, äh... Ich denke so gut kann sie es jetzt auch nicht einschätzen. Mhm. Gut. Dann brauchen wir mal ein bisschen hier für schnelleres Dasein, nur. schnell als das Dasein du meinst erweitert in Schuhe oder was schnell Prozent Dingsdardus Tempo jetzt hab ich es ach so warum ich gleich von Anfang an ich wusste wie es ausgesprochen wird warum Spaß es leckt Dings will mich killen schaffe ich die so ganz schnell solo so in Sekunden es leckt wieder ununterbrochen wie für FPS 4, 2, 3 hast du das alte schon gelöscht eigentlich? nö da hast du eine Erklärung bin ich etwas schneller als mein Schatz so wieder da kurz nachdem das Game kurz bevor ich die Aufnahme beendet habe haben sie auch aufgegeben oder kurz danach also habt ihr nichts mehr verpasst und ja wegen des Laggen weiß ich auch nicht wieso aber ansonsten habt ihr nicht viel mehr verpasst kann ich euch sagen also nicht wundern gut dann haben wir mal gewonnen auch wenn dieses Game ein bisschen verwirrend war wie ich fand also ja naja auf jeden Fall na gut aber wir haben gewonnen und durch die Hauptschache und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von mir aus ciao bis bald ciao danke fürs Zuschauen und ein Däumchen nach oben nicht vergessen und ein Abo jawohl euer TripleMate LP Team bis gleich ciao bis bald